Der FC Augsburg hat einen bemerkenswerten Aufstieg hingelegt, 27 Punkte unter Jestorup und das bedeutet, dass man jetzt vielleicht sogar Richtung Europa gucken kann. Wie ist es dazu gekommen, wer ist dieser Jestorup und was zur Hölle ist in Augsburg generell los, das wollen wir jetzt besprechen mit Florian Eisele von der Augsburger Allgemeinen und ihr kennt ihn vielleicht auch schon aus dem sehr empfehlenswerten FC Augsburg Podcast, die Viererkette. Und los geht's! Heute im Rasenfunk Ich habe vor dem Spiel mit der Mannschaft darüber gesprochen, wo gehen wir jetzt hin, was wollen wir jetzt. Wir haben über die letzten vier Jahre nur einmal pro Saison zweimal hintereinander gewonnen. Ich habe zur Mannschaft gesagt, wenn, dann ist es heute, dass wir etwas verändern müssen. Und das haben die von der ersten Minute auf den Platz gezeigt, die wollen mehr. Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Die wollen mehr, die Spieler des FC Augsburg. Und sie haben auch mehr erreicht. Nicht nur, dass man jetzt schon zweimal innerhalb von einer Saison zweimal nacheinander gewonnen hat. Nein, inzwischen ist sogar schon der dritte Sieg in Folge dazu gekommen. Denn dieses Zitat, was ihr da gerade gehört habt, das war aus der Pressekonferenz nach dem 6 zu 0 in Darmstadt. Und dem folgte ja noch ein 1 zu 0 gegen Heidenheim. Das heißt, jetzt hat man sogar schon drei Siege in Folge und eben die besprochene Situation in der Tabelle. Also Florian, so gut war die Situation bei Augsburg. Wie weit müssen wir zurückgehen, um zu sagen, so positiv war gerade die Stimmung? Also erstmal vielen Dank, hallo Max, für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, zum FC Augsburg lange nicht mehr. Wirklich lange nicht mehr. Also wir haben ja einen speziellen Rekord, nämlich dass man zum zweiten Mal zwei Spiele nacheinander gewonnen hat. Das war schon eigentlich eine Situation, mit der wir alle gar nicht umzugehen wussten hier in Augsburg. Und jetzt ist es, glaube ich, eine ganze Weile so, dass du nicht mehr so gut warst. Also wenn die jetzt gegen Wolfsburg gewinnen, ich glaube, das gab es zuletzt mal vor 50 Jahren. Nein, aber es ist tatsächlich eine sehr positive Entwicklung und nicht nur tatsächlich aufgrund der Ergebnisse. Und auch, da kommen wir vielleicht nachher noch dazu, tatsächlich die Spielweise, obwohl ich weiß, dass andere die kritisch sehen, vor allem das Spiel gegen Heidenheim. Auch die Spielweise ist eine, mit der man sich in Augsburg sehr gut auseinandersetzen kann. Also Jess Torop hat innerhalb von 17 Spielen jetzt wirklich sehr, sehr viel bewirkt. Und ich meine, dass es jetzt um Europa geht, das hat natürlich auch ein bisschen mit der schon viel zitierten Schwäche des Bundesliga-Mittelfelds gerade zu tun. Ich habe mal geguckt, wie weit man zurückgehen muss, um überhaupt einen Tabellen-Siebten zu finden, der auch 33 Punkte hat, wie jetzt gerade Hoffenheim und Augsburg ist da nur ein Pünktchen dahinter. Und bei der Saison 2017-18 habe ich aufgehört. Da waren es 35 Punkte, ansonsten immer 37, 38 so um den Dreh rum. Aber generell ist ja zu konstatieren, Jess Torop hat es nicht nur geschafft, die Abstiegsgefahr zu vermeiden, sondern eben dieses ganze Ding zu drehen. Wie ist ihm das denn gelungen, deiner Meinung nach? Ja, im Wesentlichen hat Jess Torop zwei Dinge geändert. Zum einen die Einstellung, die hat er zuerst geändert und dann die Aufstellung. Und in dieser Woche, die er hatte, als er damals von Enrico Maaßen übernommen hat, von grauer Vorzeit, da war natürlich noch nicht so viel zu machen. Er hat rein nominell damals von der Dreierkette, die Maaßen damals hat spielen lassen, wieder zurück auf eine Viererkette gespielt. Das finde ich aber gar nicht so den großen Wurf. Und das ist auch nicht die große Palastrevolution gewesen, weil das war ein System. Das hatten die auch unter Enrico Maaßen schon so gespielt. Also ein 4-2-3-1 hat er dann wieder spielen lassen, ist zurückgegangen von der recht defensiven Dreierkette, die man gegen Darmstadt im letzten Spiel zum Beispiel auch hat spielen lassen. Aber wie gesagt, das war eigentlich das System, das sowieso, wenn man sich den Kader anschaut, für diese Mannschaft eigentlich schon gedacht ist. Also man hat ja immer die Position doppelt besetzt. Und dann kann man sich das ja bei den meisten Mannschaften immer recht ausrechnen, in welches System die eigentlich auf den Platz bringen wollen. Also sprich, das war jetzt nichts Besonderes, was er dann aufstellungstechnisch gemacht hat. Was du aber sehr schnell gemerkt hast, ist, dass ein Wort, das er auf seiner Eröffnungspikase oft gesagt hat, tatsächlich zum Tragen gekommen ist, das Mindset. Also dass man tatsächlich Vertrauen hat in die Stärke, die man hat. Das war in den letzten Spielen unter Enrico Maaßen schon verstüttet gegangen. Man hat gegen Darmstadt, die bei allem Respekt individuell einfach deutlich am schlechtesten besetzt sind, und das mögen ja hoffentlich alle Darmstadt-Fans nachsehen. Aber da hat man getan, als ob das hier Inter Mailand wäre, die nach Augsburg kommen und hat dann mit einer Fünferkette agiert. Und wenn du die Spieler hast, die sich auch was zutrauen und die ja tatsächlich auch ihren Lebensweg so angehen wollen, dass sie wahrscheinlich nicht die Zeit ihrer Karriere noch beim FC Augsburg spielen wollen, weil sie eben hohe Ziele haben, dann kannst du diese individuelle Qualität auch besser einsetzen, wenn du sagst, traut euch was zu, macht was. Und so war es ja dann auch. Nach, ich glaube, 20 Minuten stand es 2-0 für Heidenheim und da hast du gedacht, mal gucken, wie das weitergeht. Aber man hat an sich geglaubt. Das war ein ganz wichtiger Punkt, den er geschafft hat innerhalb von einer Woche. Also auch nach einem 2-0 nicht zurückzustecken und da zurückzukommen. Natürlich ist das immer bedingt durch Fehler der Abwehr der Gegner. In dem Fall war es ein ziemlich kapitaler Bock der Heidenheimer, auch bei der Ecke. Aber trotzdem musst du das erstmal nutzen. Und diese Phase hast du da noch öfter gesehen beim FC Augsburg. Nämlich, das ist ja auch die Mannschaft, die jetzt die meisten Spiele gedreht hat nach Rückständen. Und dieses Mindset hat Thorup sehr schnell geschafft, umzudrehen. Das ist bemerkenswert. Das ist auf seine Art zurückzuführen und auf seine Erfahrungen, die er auch hat. Und der zweite Punkt, den er geändert hat jetzt seit der Winterpause, ist tatsächlich die Aufstellung. Also da hat er tatsächlich etwas gemacht, was es so bislang noch nicht gegeben hat. Oder ja, doch tatsächlich noch nicht gegeben hat in der Augsburger Bundesliga-Geschichte. Nämlich eine Raute. Die Thomas Schaaf-Gedächtnisraute sozusagen, spielt man jetzt seit dem Januar, die hat mehrere Vorteile für das Spiel des FC Augsburg. Eine große ist, dass die Stärken der einzelnen Spieler dann noch besser zur Geltung kommen. Also man hat Ruben Vargas, der jetzt eine neue Position hat, der von rechts von der Außenbahn auf die Zentrale gezogen wurde, auf die Zehn. Und da auf einmal wirklich seine Stärken immer besser in Faltung kommt. Ich habe ja immer gesagt bei Ruben Vargas, das ist der Zwillingsbruder von dem Spieler, den man in der Schweizer Nationalmannschaft zieht. Weil das waren eigentlich zwei völlig andere Spieler. Also Ruben Vargas in der Schweizer Nationalmannschaft ist ein Spieler, der Tore mit der Hacke vorbereitet, der eine Schussstärke hat, der spielerisch vor Ideen sprüht. Und der Ruben Vargas, der beim FC Augsburg jetzt die letzten Jahre unter Vertrag stand, das ist jemand, der auf irgendeine Weise gehemmt wirkte, sage ich mal. Und diese spielerische Qualität, auch wenn sie vielleicht gegen Hoffenheim nur aufblitzte zuletzt, die bringt er da immer besser ins Spiel. Der berühmte Fehler. Ja, der Klassiker, genau. Also gegen Heidenheim. Und zum Gleichen ist auch Christian Jakic ein ganz wichtiger Spieler, der in der Winterpause von Eintracht Frankfurt geholt wurde. Das ist die Holding Six gewissermaßen, das FC Augsburg, der tatsächlich gegen Heidenheim eigentlich das Spiel gewonnen hat, weil er im Mittelfeld wirklich Chef im Ring war. Und noch dazu kannst du, dadurch, dass du dann gewisse Angriffsformen einstudiert hast, also halbhoher Chipball aufs Mittelfeld oder kurz hinter die Mittellinie, einen Spieler verlängert, meistens ist das Philipp Tietz per Kopfball und dann rücken die Außenstürmer nach vorne. Oder eben der Mittelfeldspieler im Halbraum verlängert. Also da ist sehr viel jetzt, wo du merkst, das kommt dieser Mannschaft sehr entgegen. Und das ist auch eine der Stärken von Jestorup, zu erkennen, wo setze ich die Spieler am besten ein. Also da war schon sehr, sehr viel jetzt aus der jüngeren Vergangenheit drin, aber lass uns noch ein bisschen bei der Person Jestorup bleiben. Er hat vorher trainiert in Dänemark, er kommt aus Dänemark, war bei Mütjirland, dann später bei Gent, dann bei Genk. Ganz wichtig, diese Unterscheidung. Das ist fast so irre, wie von Heidenheim nach Hoffenheim zu gehen. Ja, genau. Da kann man durcheinander kommen. Oder Salai und Scholler in einem Kader zu haben. Herzliche Grüße an Ginter Günther Freiburg. Aber, also er war bei Genk, aber dann rief der große FC Kopenhagen, er kommt aus Kopenhagen und er hat auch auf seiner Antrittspressekonferenz gesagt, also dänischer Nationaltrainer zu sein oder den FC Kopenhagen zu trainieren, das sind die zwei Wünsche, die man eigentlich hat, wenn man Trainer in Dänemark ist. Dort war er eine ganze Weile und auch relativ erfolgreich, 88 Spiele und dann ist er zum FC Augsburg gekommen. Was ist denn Jestorup für eine Persönlichkeit und was für ein Trainer? Ja, erstmal ist er ein sehr offener, sehr dänischer Typ, ein sehr lässiger Kerl. Der hat tatsächlich bei seiner Antrittspressekonferenz wirklich die Zeit genommen hat, zu jedem Journalisten und zu jedem, den er halt da gesehen hat in diesem Presseraum, hinzugehen und den mit Handschlag zu begrüßen. Und mit einem Lächeln ist ein sehr, sehr, erstmal sehr freundlicher, sehr lockerer Typ, der aber auch tatsächlich, naja, auch Entscheidungen natürlich treffen kann und muss, sonst wäre er nicht in der Position, der ist. Hat aber tatsächlich ein Gespür, wie er bei Menschen gut ankommt. Geht zum Beispiel, es gibt beim FC Augsburg eine Einlauf-Eskorte bei den Kindern, das gibt es ja wahrscheinlich bei den meisten Bundesliga-Vereinen. Und Jestorup ist der erste Trainer, der vor jedem Spiel hingeht, bei jedem Heimspiel hingeht und sich bei den Einlaufkindern vorstellt und sagt, hallo, ich bin der Trainer, schön, dass ihr da seid, gehen wir es an. Das ist ein kleines Beispiel, ja, aber das ist sinnbildlich für das, was er erstmal steht, für die Persönlichkeit, die er mitbringt. Also es ist eigentlich fast unmöglich, ihn erstmal nicht zu mögen und natürlich hat er dann aber auch eine sehr klare Vorstellung von Fußball. Das war eine der Punkte, die Marinko Jurendic, den Sportdirektor des FC Augsburg, bei der Suche nach einem neuen Trainer auf Jestorup geführt haben. Was vielleicht auch eine interessante Personalie ist, Marinko Jurendic, der ja einen sehr viel analytischen Blick auf die ganze Geschichte hat, als es vielleicht in vorherigen Bundesliga-Jahren, wo oft Bauchentscheidungen getroffen wurden, weil man halt den jetzt gekannt hat, mit dem zusammengespielt hat, deswegen hole ich den jetzt als Trainer oder als Spieler nochmal oder irgendwie immer. Die kannten sich nicht. Du sprichst gerade vom Bauch von Stefan Reuter, oder? Unter anderem, genau. Und ja, aber jetzt hast du wirklich eine Situation gehabt, wo du gesagt hast, als Sportdirektor, du hast eine Mannschaft, die relativ jung ist, die hungrig ist, die tatsächlich was erreichen möchte, die aber aus welchen Gründen auch immer ihre PS nicht wirklich auf die Straße bringt. Und was brauchen wir da? Wir brauchen einen Trainer, der mit jungen Spielern arbeiten kann, der zugleich aber auch eine gewisse Expertise, eine Erfahrung hat und weiß, wie man so etwas in kurzer Zeit angeht. Und vor allem, da sind wir wieder beim Mindset, dieser Mannschaft vermitteln kann, glaubt an euch, ihr könnt das. Wir hatten vor, im Dezember, nee, im Januar war das ein, von der Augsburger Allgemeinen hier einen Termin, da waren die Trainer der Augsburger Panther und eben jetzt Torup da. Und da hat jetzt Torup einen Satz gesagt, den ich sehr interessant fand. Der hat gemeint, teilweise bin ich mehr Anführer als Trainer. Also so sieht er seine Rolle auch, dass er sagt, er gibt den Ton voran und er vermittelt, Leute, das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Und das ist ein, ja, vielleicht gar nicht so sehr der ganz große taktische Impact, den hat er schon auch, weil er ein sehr datengetriebener Kerl ist und er bei Mitjeland sehr viel mit Datenanalyse zu tun hatte. Aber er weiß auch, welche, ja doch entscheidende Rolle, die, ja, das Mindset den Spielern einfach zukommt. Ja, das ist interessant. Also wir hören uns so ein bisschen an wie so ein BWLer-Podcast von irgendwelchen Finanzgros, wenn wir so oft über Mindset sprechen. Aber ich hatte auch den Eindruck, dass Jens Torup ganz verschiedene Dinge in sich vereint. Und es war aber, finde ich, in der Pressekonferenz, mit der er sich vorgestellt hat, da ist ja nicht abzusehen, was davon dann wirklich auf dem Feld zu sehen ist. Weil ich habe schon hunderte Pressekonferenzen von Trainern gesehen, klingen immer alle erstmal interessant und nett und so weiter. Und erst dann ein paar Monate später kann man es ein bisschen bewerten. Aber um mal so ein bisschen die verschiedenen Facetten aufzulegen, er wurde eben zum Beispiel nach seinem Einsatz von Daten gefragt. Man muss dazu sagen, er hat diese Pressekonferenz komplett auf Deutsch gehalten, obwohl er noch angekündigt hat, ich werde wahrscheinlich irgendwann ins Englische wechseln, weil ich bin halt noch nicht so drin. Aber das hat er damals gesagt, eben angesprochen, auf seine Zeit in Middjylland. Data war sehr wichtig in meiner Zeit in Middjylland von dem Besitzer von Brentford, Matthew Benham. Und das ist, sind es, ich war in Middjylland, habe ich von daher immer mit Data gearbeitet. Lass es mir so sagen, als ein zweites, wie nennt man das, Werkzeug, so Data ist und wird jetzt, glaube ich, im Fußball bleiben. Und ich mag mit Data zu arbeiten. Das hat er damals gesagt und ich habe mir die Frage gestellt, Florian, sieht man das denn eigentlich und hört man das beim FC Augsburg? Denn ich gucke relativ viele Pressekonferenzen von nach den Spielen und da gibt es ja durchaus Trainer, die dann kommen mit, hey, unsere Zweikampfquote war so toll, wir sind so und so viele Kilometer gelaufen und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt nicht gerade einen totalen Blackout habe, dann macht das ja Jestorup gar nicht so wirklich. Also kann man schon sagen, ob es einen datengetriebenen Ansatz gibt beim FC Augsburg? Den gibt es definitiv, aber du hast recht, Jestorup geht in der Pressekonferenz eigentlich fast nie darauf ein, sondern da geht es schon immer so um Dinge wie, wie waren wir im Spiel drin, wie haben wir da auf diese Situation reagiert. Ja, da sind wir wieder bei der Einstellungsgeschichte. Natürlich ist es aber so, dass im Training das einen ganz großen Punkt bei ihm einnimmt. Also er übt ja wirklich Trainingsformen ein, also halb hohe Bälle abklatschen lassen, habe ich schon gesagt. Aber tatsächlich auch Standardtrainer Lars Knutzen gibt es seit kurzem, sollte man nicht glauben, wenn man manche Spiele gesehen hat vom FC Augsburg, aber es gibt ihn tatsächlich. Und das Tor gegen Heidenheim ist ja tatsächlich auch nach einer Ecke entstanden. Also da ist schon sehr viel an technischer Unterstützung da. Das ist aber etwas, wo er, glaube ich, auch gar nicht so viel rauslassen will, weil der einzige Punkt, wo ich sage, das finde ich jetzt als Journalist sehr schade, ist, dass tatsächlich die Pressekonferenzen bei ihm, da lässt er ungern viel raus. Also auch wenn du jetzt zu den Gegnern was fragst, dann heißt es immer, wir gucken nur auf uns. Ja, okay. Insofern ist er vielleicht zum Gegenentwurf zu Thomas Tuchel, der ja wirklich sehr viel Einblicke gibt in seine Arbeit. Ich glaube, da ist er vielleicht einfach zu sehr Poker-Face auch und nickt es freundlich ab, aber sagt dann eigentlich recht wenig. Ja, das stimmt allerdings. In der Spielanalyse, finde ich, ist es dann ein bisschen griffiger, also nach den Spielen. Aber er ist generell jetzt nicht der Money-Quote-Trainer. Also es ist nicht so, dass man mit ihm zehn Minuten Pressekonferenz hört und dann hat man fünf verschiedene Ansätze für eine Geschichte, sondern man muss da noch viel, viel selber arbeiten. Interessant war aber ja die Frage, wie der Kontrast sein würde zu Enrico Maaßen, weil mit Enno Maaßen, da hat man etwas gewagt beim FC Augsburg und im Nachhinein muss man sagen, es hat nicht funktioniert. Also es gab sehr, sehr gute Gründe für diese Trennung, die haben wir ja auch schon im letzten Augsburg-Schwerpunkt damals aufgearbeitet. Und eine Sache, die Enno Maaßen ja noch mehr betont hat als jetzt, jetzt Torup, war Frage von Systemen, von verschiedenen Dreierkette, also Fünferkette versus Viererkette und so weiter und so fort. Und da fand ich interessant, er hat die Aussage gegeben, die alle Trainer geben, wenn sie bei einem neuen Verein anfangen. Aber jetzt im Nachhinein können wir das ja bewerten, weil du hast ja auch schon über die zwei großen Umstellungen eigentlich gesprochen, die es gab. Einmal Viererkette und dann auf Raute. Wir hören nochmal kurz, was er damals gesagt hat und dann würde ich gerne jetzt rückblickend deine Einschätzung dazu hören. Ich bin nicht der Trainer, der hier kommt und sagt, wir müssen so und so spielen, wir müssen jetzt vier Spieler, die einpasst. So arbeite ich nicht. Ich werde erstmal das Karer anschauen, mit jedem Spieler sprechen und da werde ich dann das Gefühl haben, was passt zum meisten von den Karern. Ich habe in verschiedenen Vereinen mit verschiedenen taktischen Systemen gespielt. So da bin ich sehr flexibel. Er ist sehr flexibel, aber ja dann doch irgendwie auch sehr festgelegt, weil was man jetzt erkennen kann ist, Startelf tippen bei Augsburg ist einfach. Das ist sehr einfach, ja. Also es gibt eigentlich jetzt nur noch einmal eine Position, also der Torwart ist klar, die Viererkette ist klar, die Stürmer sind klar, der Zehner ist klar, der Sechser ist klar. Also im Grunde geht man nur von den beiden Halbpositionen im Mittelfeld in dieser Raute. Die bekleiden derzeit Arne Mayer und Frederik Jensen. Das mag sich mal ändern, aber mehr eigentlich nicht wirklich. Also weil Christian Jakic, ich habe es erwähnt, der ist zementiert. Das ist ein wirklich ganz, ganz, ganz wichtiger Spieler auf dieser Position, ohne den vielleicht auch dieses System Raute in der Form auch nicht wirklich denkbar wäre. Ruben Vargas, klar, dann könnte man vielleicht nachdenken, vielleicht mal Arne Engels, dafür ist aber die Entwicklung so gut und dafür ist Ruben Vargas, das kommt schon auch dazu. Ein Spieler, der im Sommer vielleicht auch eine Ablöse bringen soll für den FC Augsburg. Jetzt dann noch den Sommer zu Ende spielen soll, eine gute EM spielen soll, aber dann sehr wahrscheinlich die Düse machen wird. Nee, aber da ist er sehr festgelegt, das stimmt. Auf der anderen Seite gebe ich ihm insofern aber recht, dass er gesagt hat, er guckt sich den Kader an und schaut, was ist das Beste für die Spieler. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, dass er jetzt auf Raute umgestellt hat, eben deswegen, weil dann die Stärken der einzelnen Spieler mehr zur Geltung kommen. Du hast sehr viele zentrale Mittelfeldspieler beim FC Augsburg, also neben den genannten Rienzen und Meier und Jakic und mittlerweile Vargas, der ja auch so einer ist, Das haben wir Arne Engels, der zwar als Rechts-Außen-Rechts-Mittelfeld gekommen ist, aber eigentlich jetzt auch die Stärken erkennbar in der Zentrale hat. Tim Breithaupt, der ein großes Talent ist, der vor der Saison aus Karlsruhe gekommen ist. Niklas Dorsch, mit dem man große Hoffnung verbunden hat. Der Elvis Rexpecay. Also das sind Spieler, wo du sagst, die können eigentlich alle ihre Qualitäten einbringen, sind halt erstmal nur vier Plätze da, aber du kannst natürlich diese geballte Qualität in der Zentrale mehr anbringen und die haben unterschiedliche Präferenzen da natürlich auch und deswegen kommt diese Raute, diesem Kader mittlerweile sehr viel zugute. Und dann ist ja das eine die Einstellung, das andere die Aufstellung, das hast du ja vorhin schon gesagt und das dritte, was aber dazu begleitet, sind ja die Ergebnisse. Und da hatte er natürlich auch den idealen Start, 5 zu 2 in Heidenheim gewonnen, dann 3 zu 2 zu Hause gegen Wolfsburg. Es waren ganz, ganz wichtige sechs Punkte, die damals in der Tabelle schon mal die erste Luft verschafft haben und dann kam so eine 1 zu 1 Serie. Und wenn ich jetzt aber versuchen würde, mich von den Ergebnissen zu lösen, dann würde ich sagen, es gab aber schon ein Auf und Ab in der Art und Weise, wie Augsburg gespielt hat. Denn gegen Ende der Hinrunde, erinnere ich mich an Spiele, das war dann fast wieder so Oldschool Augsburg. 30 Prozent Ballbesitz zu Hause, sechs Schüsse und 1 zu 0 gewonnen oder 2 zu 1 gewonnen. Jetzt mal so überspitzt gesagt. Wie würdest du die verschiedenen Phasen, die man jetzt auf spielerischer Ebene durchgemacht hat, beschreiben? Ja, also wie du gesagt hast, am Anfang gab es diese Euphorie des Neuen durch Heidenheim, durch diesen furiosen 5 zu 2 Sieg, wo ich, also ich war an dem Tag unterwegs, weil an dem Tag konnte ich mir das Spiel nicht anschauen. Da hatte mein Sohn Geburtstag und deswegen habe ich das immer, während wir im Legoland waren, auf der Kicker-App verfolgt. Und dann habe ich mir gedacht, ach du liebe Zeit, 2 zu 0, wie geht das schon wieder weiter? Dann war ich eben kurz weg und auf einmal stand es dann 3 zu 2. Und im Nachhinein hat Jess Thorup auch gesagt, da ist ihm aber auch mal kurz bange geworden, als er in seinem Debüt nach einer 20 Minuten Zeit da 2 zu 0 hinten war. Ja, aber genau natürlich spielt er das in die Karten, wenn du so einen Spielverlauf hast. Und davon hat er natürlich auch profitiert, auch dieses furiose 3 zu 2 dann nochmal gegen Wolfsburg. Dann gab es tatsächlich einen Abschwung, wo du auch gesehen hast, dass gerade gegen Stuttgart war ein furchtbar schlechtes Spiel. Und das war eigentlich eine der Partien, die man auch in der Anfang der Saison hätte so sehen können. Da hattest du gar keine Chance und 0-3 ist sogar noch eigentlich recht gnädig gewesen vom VfB. Das war tatsächlich eine Delle in der Entwicklung und ich glaube unter anderem deswegen kam dann in der Winterpause auch diese Umstellung. Das sieht jetzt nicht immer, das ist richtig, super schön aus. Das sah auch gegen Heidenheim für neutrale Leute wahrscheinlich nicht so wahnsinnig toll aus. Ich war aber im Stadion für die Augsburger Allgemeine und kann sagen, das war jetzt zum Zugucken kein schlechtes Spiel. Also auch wenn sich das jetzt anhand der Daten vielleicht ein bisschen komisch anhören möchte, aber es war immer Bewegung drin, es hat immer gekracht irgendwo. Es gab ja sehr viele Unterbrechungen, aber es kam halt dann sehr viel über die Zweikämpfe. Und das ist ein Punkt, wo du gesagt hast, das ist jetzt mittlerweile eine Qualität, die Augsburg auch wieder verstärkt hat. Zu besten Zeiten war das ja Zweikämpfe umschalten, schnell machen das Spiel, wenn du den Ball hast. Und das ist dann wieder sehr viel vom guten alten FCA-Style und das gutieren die Leute auch, auch wenn es natürlich dann, zumindest die Leute in Augsburg, auch wenn es dann vielleicht nur drei Torschüsse im Spiel gibt. Aber ich kenne jetzt keinen tatsächlich, der von diesem Spiel rausgegangen ist und gesagt hat, was für ein Harf. Also ist tatsächlich vielleicht ein anderer Eindruck, den man hat, wenn man im Stadion war und wenn man gesehen hat, wie eng und wie intensiv, das ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt, wie intensiv es in den Mittelfeldduellen zuging. Und das ist tatsächlich ein Punkt, also diese Umstrukturierung im Mittelfeld, die der Mannschaft sehr geholfen hat. Da wiederhole mich jetzt, sorry, aber das ist leider so. Ja gut, aber das hat man ja auch, das Interessante ist, es hat der Mannschaft in mehreren Hinsichten geholfen, weil wir haben es vorhin schon angesprochen, Ruben Wagers in die Mitte zu ziehen. Eine fantastische Idee, der blüht nochmal richtig auf. Dann hast du gesagt, hinten Jakic, er muss zwar alleine viel Raum abdecken, aber er macht das halt super, deswegen kannst du die Raute spielen. Und gegen Heidenheim hast du aber dann nochmal so einen unterschätzten Vorteil der Raute gesehen, nämlich du bist sehr gut gestaffelt auf zweite Bälle, weil du in der Theorie hast du drei zentrale Spieler, die sich alle ballorientieren können. Und darum ging es, zweite Bälle war es gegen Heidenheim das Thema. Und ja, es war viel los, es sind halt wenige Schüsse bei rausgekommen, also sieben für Augsburg, sechs für Heidenheim, das sind 13 insgesamt. Wobei, also ganz ehrlich, das ist eine sehr, sehr optimistische Zählung. Also ich habe die auch gesehen und ich habe mir nach dem Spiel gedacht, wo sind die hergekommen, sechs für Heidenheim? Also da werden ja auch die gezählt, die in Richtung des Tores gehen. Ja und vor allem geblockte Schüsse auch. Genau, die geblockten, stimmt. Also das lassen wir mal so stehen. Ja, klar, natürlich waren das 13 Schüsse, ja. Genau, aber das heißt, wir haben schon gelernt, also die Intensität ist da, aber wo glaubst du denn, weil das war ja die Frage, die Jess Torrup vor dem Darmstadt-Spiel seinem Team gestellt hat. Wo wollt ihr hin? Und das finde ich ja sehr interessant, dass er zum einen diesen historischen Kontext aufmacht, mit dem er ja eigentlich nichts zu tun hat und auch manche der Spieler gar nichts. Dass er sagt, Leute, jetzt können wir es endlich mal schaffen, zum zweiten Mal in einer Saison zweimal nacheinander zu gewinnen. Und zum anderen stellt er damit ja auch die Frage, was wollen wir in dieser Saison noch erreichen und was wollt ihr für euch erreichen? Was glaubst du denn, was jetzt dann möglich ist für Augsburg? Also dieser Punkt, was wollt ihr hin, das war ein total cleverer Move von ihm, denn da hat er die Spieler genau da gepackt, was eigentlich ihr Karriereplan ist. Also wenn man sich die Mannschaft anschaut, das ist ja eine, es gab viele Änderungen gerade in den letzten Jahren beim FC Augsburg, eine ganz große auch innerhalb der Mannschaft. Denn wenn man sich die Mannschaft anschaut, die der FC Augsburg vor ein paar Jahren noch hatte, mit Florian Niederlechner, mit Rafael Giekewitsch, mit Kali Czuri, mit, ja, you know it. Daniel Bayer natürlich noch. Daniel Bayer, genau, natürlich. Also das waren Leute, die wichtig waren in ihrer Phase jeweils, aber das waren jetzt keine Leute, die einen Karriereplan hatten, der zu diesem Zeitpunkt groß über den FC Augsburg hinausging, sage ich jetzt mal. Oder nicht mehr über den FC Augsburg hinausging. Jetzt hast du Spieler drin, wie er mit dem Demirovic, der, vollkommen klar, der wird nicht die nächsten zwei Jahre hier noch spielen. Du hast Leute wie Ruben Vargas drin, die was erreichen wollen, Felix Urukai, Finn Dahmen, die stehen alle jetzt nicht unbedingt mehr am Beginn ihrer Karriere, aber die sind, die haben einen eindeutigen Karriereplan. Und denen reicht das ja auch nicht, dass man sagt, man dümpelt immer so auf Platz 14, 13 rum. Also er hat gesagt, Leute, wollt ihr jetzt, also wollt ihr jetzt eine große Karriere oder nicht? Das war ja der Subtext eigentlich bei dieser Frage. Wollt ihr nochmal durchstarten oder reicht es euch hier im Mittelfeld rumzudümpeln? Und das ist eine ganz wichtige Phase und da zeigt sich eigentlich wieder, dass er weiß, dass ein Spiel eben nicht nur oder das Spiele nicht nur durch 3er, 4er oder 5er Kette entschieden werden, sondern eben auch durch, ich sage jetzt nicht Mindset, aber durch die Einstellung, die die Spieler auf dem Platz haben. Und das war ganz wichtig. Bei den Spielern selber ist es dann so, dass du dann auch merkst, wie viel Spaß das denen macht, dass es natürlich mal in eine andere Richtung geht, dass man mal einfach mal nach oben angreift, dass man eben nicht zittern muss bis Spieltag 13, bis Spieltag 33 oder sowas, bis du dann mal klar bist. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt und um deine Frage eigentlich zu beantworten, wo geht es von FC Augsburg hin? Ich glaube, es gibt ja eine absolut irre Konstellation in diesem Jahr, dass es ja sogar noch den fünften Champions-League-Platz geben könnte durch diese recht ominöse Einjahreswertung, wenn es gut läuft. Dann gibt es die Phase, dass Leverkusen Pokalsieger wird und dann gibt es, also und theoretisch könnte ja sogar noch Freiburg, das ist eine sehr Europa-League-Sieger werden, und dann auch noch, aber gut, lassen wir das. Aber es könnte im irsten Fall zur Folge haben, dass neun von 18 Mannschaften international spielen in einem Mittelfeld, das, ja, also so, nennen wir es mal, so eng ist wie selten nicht mehr und so ausgeglichen ist wie selten nicht mehr. Und wenn du die Chance hast, dann jetzt, also natürlich, das ist jetzt auch wieder der Punkt, das ist garantiert besprochen worden oder das wissen wir, dass es intern schon besprochen worden ist innerhalb der Mannschaft, wie man damit umgeht. Und dass die natürlich ja auch Interesse daran haben, da mal in einem größeren Wurf zu landen. Und das ist ein, ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wer hat es gecallt? Der Rasenfunk. Am 25.10. ist die Folge erschienen, in der wir die Frage gestellt haben, mit neuer Ausrichtung in die Europa-League, haben wir damals besprochen. Damals klang es noch ein bisschen absurder als jetzt. Jetzt wäre es tatsächlich möglich. Du hast jetzt schon viele Spieler genannt, die eine Entwicklung gemacht haben unter Jess Torrup. Ein Name ist noch nicht gefallen, deswegen will ich da nochmal speziell nachfragen. Mich hat der Umgang von Enrico Maas mit Jovalo, der hat mich ein bisschen irritiert, weil wir alle wissen, dass er gerade in den schlechtesten Phasen bei Augsburg oft derjenige war, der noch Mut hatte, etwas zu machen. Also seine berühmten Dribblings, das war ja dann fast schon irgendwann Lucio-Style, dass er, wenn wirklich gar nichts mehr offensiv ging, einfach angedribbelt hat und so weiter. Und der hat auf einmal keine Rolle mehr gespielt. Jess Torrup kam zurück und jetzt ist Jovalo wieder der Alte. Und er hat sogar jetzt ein Tor geschossen gegen Heidenheim, das entscheidende Tor sogar. Ist das vielleicht ein Schlüsselspieler, den wir bisher noch vergessen haben, wenn wir erklären wollen, woher dieser Aufschwung kommt? Definitiv, ja. Deswegen auch leiste ich ab, bitte, an den Abwehrchef. Das tut mir leid. Aber ja, Jovalo war zu Beginn so gut wie raus. Man wollte sich von ihm trennen. Er selber hat das auch relativ mit großer Unbill. Das hat er zwar nicht in Interviews gesagt, aber wenn man ihn getroffen hat, konnte man den auf fünf Meter Entfernung riechen und spüren und sehen, wie es dem gerade geht. Ja, ich glaube, der Vorwurf, den man ihm gemacht hat, intern war es weniger der spielerische Anteil, weil das war eigentlich immer okay, sondern dass er die Aufgaben als Kapitän nicht so wahrgenommen hat, wie man sich das von ihm gewünscht hat. Also er ist jetzt ja nicht der most talkative guy, sondern eher so der Typ Grummler. Deswegen passt er vielleicht aber auch gut zu Augsburg. und hatte die Vorgaben, die man an den Kapitän hatte, wohl nicht so nach Einschätzung mancher Sportlicher, die aber teilweise auch jetzt nur noch im Beraterstatus sind, Grüße an Stefan Reuter, nicht so wahrgenommen. Und deswegen hat man bewusst versucht, oder das hat man auch tatsächlich gemacht, die Struktur aufzubrechen. Ich glaube trotzdem, dass sich das gelohnt hat, weil jetzt der Mirovic als Kapitän auch nochmal ganz anders aufblüht. Und ich glaube, das war auch ein Anreiz, der Hauvelio aus dieser Lethargie, die er doch irgendwie hatte, vielleicht auch ein bisschen rausgeholt hat. Also man hat ihn ziemlich gekitzelt. Man könnte auch sagen, man hat ihn gezwickt, aber unter dem Stich hat sich das für alle ausgezahlt, denn er spielt den, das ist der beste Hauvelio, den wir seit Jahren sehen, jetzt gerade, der auch einen ganz großen Anteil an Offensivaktionen hat, der eine Führungsposition inne hat wieder. Die macht er nicht durch Worte, sondern durch das, was er auf dem Platz macht, aber das war bei ihm schon immer so. Vielleicht war das tatsächlich auch für ihn als Kapitän nicht die ideale Position, weil das ja auch wieder so eine Denke ist. Wir nehmen den, der am längsten da ist vielleicht, den, der am vielleicht wichtigsten oder mit am wichtigsten für die Mannschaft ist, das wird der Kapitän. Das ist ja auch eine Denke, die man haben kann. Aber man wollte ganz bewusst von Seiten der Verantwortlichen innerhalb der Mannschaft was ändern. Und ja, das hat man gemacht. Man hätte es vielleicht noch ein bisschen moderater durchregeln können. Unter dem Strich hat es sich aber für alle Beteiligten ausgezahlt. Und wenn wir jetzt eh schon gerade in der Abwehr sind, also Robbeleo und Udukay, festes Innenverteidiger-Duo wieder, da sieht man auch, wenn es läuft, dann hilft es auch total, dass immer die gleichen Spielen, die kennen dann alle Abläufe. Und dann habe ich aber nochmal jetzt vor dieser Sendung darüber nachgedacht, Was war eigentlich so das Problem von Enno Maaßen? Und ich habe mich so zurückerinnert und ich hatte das Gefühl, Enno Maaßen zum Beispiel hat sehr, sehr viel Energie da reingesteckt, den Spielaufbau auf jeden Gegner anzupassen. Also sich zu überlegen, okay, wie werden wir angelaufen? Brauchen wir? Und auch so kommt man dann eben zu einem Dreieraufbau und versucht sich dann so hinten rauszuspielen. Und das war aber geprägt von einer großen Vorsicht und fast schon, ja, also du hast es ja selber gesagt. Darmstadt kam und sah auf einmal aus wie Inter Mailand, weil er einfach durch sein Videostudium und so weiter einen Respekt vor jedem Gegner hatte. Und jetzt will ich nicht sagen, dass der FC Augsburg jetzt Respekt durchspielen würde. Ich finde allerdings, dass durch Finn Dahmen ein Element mit dazugekommen ist, was einen von der Dreierkette fast schon befreit. Weil auf einmal hast du einen Torhüter, der so gut am Ball ist, dass du auch die Innenverteidiger einfach breitstellen kannst. Und dann hast du ja logischerweise einen Feldspieler mehr, den du nutzen kannst, eben um rauszukommen aus dem Druck des Gegners. Also welche Rolle spielt Finn Dahmen? Und hatte da vielleicht Enno Maaßen auch das Pech, dass der halt zu spät kam? Also er hatte noch ein paar Spiele mit ihm, aber Augsburg kam ja schon in einer sehr angespannten Situation in diese Saison hinein. Ja, das war definitiv eines der Probleme. Also Finn Dahmen, der Grund, warum er den geholt hat, war ja tatsächlich die fußballerische Komponente. Finn Dahmen, muss man aber auch sagen, hatte zu Beginn der Saison auch Probleme mit sich selbst, hat die immer noch in der Strafraumbeherrschung zum Beispiel. Und das wissen ja alle Mannschaften dann auch, dass du versuchst, ihn da in diese Situationen zu bringen, wo er die Strafraumbeherrschung zeigen muss. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, also stimmt, Finn Dahmen ist für das Aufbauspiel ein wichtiger Faktor, weil er einfach besser kicken kann als Gikevic, um es auf diesen einfachen Fakt zu kriegen. Und bei Enrico Maaßen war, glaube ich, tatsächlich das Problem, wie du sagst, eine Vorsicht. Also es gibt eine ganz interessante Statistik diesbezüglich. Es gibt, also Enrico Maaßen hat alle Spiele, die er gewonnen hat, mit einem Torunterschied gewonnen. Mit Ausnahme des ersten Spiels, das war im DFB-Pokal gegen Blau-Weiß-Lohne, das war ein 4-0. Und sonst alle Spiele, jeder einzelne Sieg, das muss man natürlich sagen, teilweise waren auch ein 1-0 gegen Bayern dabei, das nimmt man, glaube ich, so an. Aber jeder andere Sieg war auch nur mit einem Torunterschied. Also es war so, dass zum Schluss diese Vorsicht, die er hatte, bei aller Mut, das ist eigentlich so ein bisschen widersprüchlich, aber teilweise waren die Spiele auch von so einem Mut geprägt, der ja hier ganz gutiert wurde. Also ich weiß noch, gegen Bayern dieses 1-0 beim Anstoß, da standen von zehn Feldspielern acht an der Mittellinie und sind, glaube ich, sieben gleich in die gegnerische Hälfte der Bayern gelaufen. Und das war wirklich ein Spiel, mehr oder weniger, die haben gepresst. Da hat man gesagt, wow, was ist hier los? Und das waren die besseren Zeiten von den Liko Maasen oder dem Fußball, den den Liko Maasen hat spielen lassen. Die schlechten waren dann tatsächlich zum Schluss gegen Darmstadt, gegen Bochum, wo du eine Vorsicht gemerkt hast, wo du gesagt hast, was soll das alles? Also mit allem Respekt, aber das ist ein Heimspiel gegen Darmstadt, ein Heimspiel gegen Bochum, da muss einfach mehr kommen. Und dazu kommt auch noch ein Faktor, innerhalb des Vereins ist ja sehr viel im Wandel und immer noch sehr viel im Wandel, aber ich glaube, die Umwälzungen sind riesig. Man gibt sich ein neues Konzept, es gab eine neue Satzung und man hat sich ein neues Marketingkonzept, nenne ich es jetzt mal, aber eine neue Identität gegeben und wo dann verschiedene Schlagwörter drauf sind. Eines davon ist mutig und Mut haben. Und da trommelst du den ganzen Sommer in der Sommerpause und sagst, hey, wir sind der neue FC Augsburg, der neue alte FC Augsburg, wie Präsident Markus Krapf sagt und dann spielst du sowas gegen Darmstadt, wo du sagst, das ist alles noch nicht mutig. Und die waren, die Verantwortlichen, ja, die waren, glaube ich, entsetzt über das, was er da spielen hat lassen. Und das hat ihm tatsächlich dann neben den Ergebnissen das Ende beschert. Zur Wahrheit gehört aber auch, Jess Torrup hat es auch erst zweimal geschafft, mit mehr als einem Torunterschied zu gewinnen, und zwar gegen Heidenheim und gegen Darmstadt, wo man jetzt auch sagen könnte, hm, okay, das sind auch vielleicht Gegner, wo das dann mal klappen sollte. Und vor allem das Darmstadt-Spiel muss als absolutes Freak-Spiel abgelegt werden. Das war ja total verrückt. Und man könnte jetzt auch, wenn ich jetzt einfach mal versuche, den Nörgler zu spielen, eine ganz schön große Abhängigkeit von Ermedin Demirovic konstatieren. 14 Tore, 8 Assists, das sind 22 Torbeteiligungen bei 40 Toren. Da muss man nicht Mathe studiert haben, um zu sehen, das ist über 50 Prozent. Wie würdest du darauf reagieren? Da würde ich als Mathe Durffaller sagen, da hast du völlig recht. Es ist eine große Abhängigkeit von Ermedin Demirovic da, das ist richtig, der eine unfassbare Saison spielt. Und das wird eines der Probleme sein, die man auch in den Griff kriegen wird, kriegen müssen wird, so muss man es sagen. Ja, weil sehr wahrscheinlich wird es im Sommer ohnehin zu einem Ende kommen oder im Sommer nächsten Jahres. Also ja, klar, das stimmt. Es gibt auch das Problem, dass du gegen Abstiegskandidaten immer noch nicht gut aussiehst. Also wenn du dir die untere Tabelle anguckst, du hast jetzt, okay, jetzt hast du gegen Darmstadt wieder gewonnen, da ist das Hinspiel auch verloren gegangen zum Beispiel. Also wenn du dir die Mannschaften anguckst, die da unten stehen, das war letztes Jahr schon das Problem, dass du gegen Hertha null Punkte geholt hast, die abgestiegen sind, dass du gegen, ja, also gegen alle Mannschaften die letzten fünf da einfach nicht gut aussiehst. Und auch die Punkte ausbeute jetzt, ich habe es jetzt nicht von den Punkten genau im Blick, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Köln sie unentschieden geholt und auch gegen die Untern einfach nicht gut performe, das ist auch ein großer Punkt, den jetzt Torup in den Griff kriegen muss. Klar, insofern gibt es natürlich Punkte, die noch zu verbessern sind. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Vor allem das war auch in der Saisonanalyse der vergangenen Saison, die ja wirklich nur mit Glück noch in der Bundesliga für den FC Augsburg geendet ist, ein wichtiger Punkt, dass man gesagt hat, wir müssen gegen diese Mannschaften auf Augenhöhe einfach viel, viel besser aussehen und schneller im Spiel sein. Zum Beispiel die erste Halbzeit von FCA unter Torup gegen Bochum war eine Katastrophe, fand ich. Also voll. Also da siehst du, es ist noch längst nicht so stabil, wie er sich das vielleicht mal vorstellt, aber es ist auf einem Weg, der wirklich eindeutig nach oben geht. Also es gibt da so eine Geschichte von einem Bekannten von mir, mit dem war ich beim letzten Darmstadt-Spiel im Stadion, privat. Und da gehen wir nicht so oft zum Fußball. Und dann haben wir uns das angeschaut und haben gesagt, furchtbar, das reicht jetzt wieder für die nächsten paar Monate. Und dann waren wir, ich weiß gar nicht gegen wen, war ich mit dem wieder. Und dann hat er gesagt, im Ernst, ist das noch die gleiche Mannschaft? Also das ist jemand, der jetzt natürlich einen Blick von außen hat, weil er sich nicht täglich und nicht wöchentlich mit dem Fußball beschäftigt, sondern halt eben so eine Draufsicht hat. Aber das ist eine ganz gute Zusammenfassung der Entwicklung, die es unter Jestorup gegeben hat. Er hat gesagt, ist das wirklich noch die gleiche Mannschaft? Und vielleicht sagen wir, treffen wir uns im Jahr wieder und dann sagen wir nochmal, ist das jetzt noch die gleiche Mannschaft? Unter Todop hoffentlich im Positiven, ja. Hoffentlich im Positiven. Das schließt an etwas an, was er auch gesagt hat bei seiner Antrittspressekonferenz, wonach er eigentlich dann einen Verein bewertet. Weil es war ja durchaus überraschend, dass man einen Ex-Champions-League-Trainer für Augsburg gewinnen konnte. Und da hat er das hier nämlich gesagt. Wenn ich mich über dieses Projekt überzeugt, war es nicht wichtig, ob es ein Verein, der oben oder unten in der Tabelle steht. Für mich war es das Potenzial für Umgebung, für Akademie, für Potenzial im Spielbereich und alles. Das war das Wichtigste für mich. Ich weiß, kurzfristig möchten wir gewinnen, aber wir müssten auch ein bisschen Potenzial und die nächste Schritt sehen. Und das sehe ich hier in der FC Augsburg. Deshalb habe ich entschieden, hier zu kommen. Ich finde, wir haben das Potenzial, das Spielerische schon ganz gut ausgelotet. Und da wird man jetzt einfach sehen, wo es hingeht. Und wir sehen, welche Spieler sich weiterentwickelt haben. Aber er spricht ja auch zum Beispiel die Akademie an, den Nachwuchsbereich, die Infrastruktur. Und auch da hat sich ja viel beim FCA getan. Du hast es ja auch gerade schon ein bisschen angesprochen. Wo siehst du denn das Wachstumspotenzial für den FC Augsburg? Was könnten jetzt so die entscheidenden Punkte werden, die vielleicht dafür sorgen, dass wir nicht immer darüber sprechen, dass Augsburg unten drin hängt in der Tabelle und wirklich manchmal schrecklichen Fußball spielt? Ja, also das Nachwuchsleistungszentrum, das ist das A und O, wenn du die Potenziale des FC Augsburg ansprichst. Das muss man dann erwähnen. Also es gibt in der Donauwerterstraße in Augsburg, da war früher das Zehnungszentrum, da gibt es jetzt ein niegelnagelneues NLZ-Gebäude, in das sehr viel Geld jedes Jahr fließt. Und auf das die Verantwortlichen des FC Augsburg auch große Hoffnungen setzen. Also der FC Augsburg will, ganz, ganz wichtiger Ansatz, ein Ausbildungsverein sein. Best Practice, SC Freiburg, da sind sie nicht die einzigen, die auf die Idee gekommen sind, das ist auch klar. Aber das ist eindeutig das Vorbild. Und ja, das ist der Punkt und das soll der Weg sein. Und auch da gibt es deutliches Verbesserungspotenzial. Das derzeit größte Talent, das man im Kader hat, ist Mert Köhmür, Mittelfeldspieler, deutscher Juniornationalspieler, von dem man sich sehr viel erhofft, wo es eigentlich intern heißt, das wird ein Bundesligaspieler, die Frage ist nur, wird das bei uns? Und da sehe ich auch noch Steigerungspotenzial, was die Einzelzeiten gibt. Aber das darf doch eigentlich gar keine Frage dann sein, oder? Eigentlich muss doch dann den Schritt bei Augsburg machen. Ja, wenn er halt die Spielpraxis bekommt, das ist halt der springende Punkt. Also wenn du halt, wenn du sagst, ich gebe ihm die Möglichkeiten, hier zu spielen, dann wird das passieren. Wenn du sagst, ich setze lieber auf Sven Michel mit 32 Jahren, den ich nochmal die letzten zehn Minuten bringen kann, dann wird es vielleicht schwer für Mert Köhmür. Aber derzeit spielt er, oder ist er, Sven Michel im Kader. Ja, er war erst dreimal in dieser Saison im Kader, zweimal unter Jess Thorup. Und glaubst du, dass Jess Thorup sich dessen bewusst ist? Ihr habt ihm ja bestimmt schon Fragen danach gestellt. Was sagt er denn dazu, warum es dann so jemand noch nicht auf wenigstens ein paar Minuten in der Bundesliga bringt? Na, er bleibt da, also er sagt dann schon, jeder hat die Chance dazu und es ist jetzt nicht so weit weg. Also da ist er wieder sehr, sehr Poker-Face. Also das ist wieder der Punkt. Du kriegst ihn, das ist für uns als Journalisten Nachteil, sehr wenig griffig, was tatsächlich das Innenleben in der Mannschaft angeht, was die Arbeit unter der Maschinenhaube angeht. Aber ich weiß, dass ihm das auch gespiegelt wird, innerhalb des Vereins, wie wichtig das allen ist, diesen Ausbildungsverein-Status zu kriegen. Und das wird er auch wissen. Er wird sehr wahrscheinlich sehr gute Argumente für sich haben, warum Michel und nicht Kölmö da dabei ist. Aber natürlich ist das ein ganz wichtiger Punkt. Und da ist Kölmö nicht das Einzige, aber das derzeit prominenteste Beispiel, wo man sagt, da sollte noch mehr gehen. Und ja, da werden wir sehen, wie das weitergeht. Aber das ist ein ganz entscheidender Faktor für die Zukunft. Ja, und es ist natürlich dann schon interessant, dass auch in einem Spiel wie gegen Augsburg, ich meine, da stand er jetzt nicht im Kader, da wäre keine Option gewesen. Gegen Heidenheim. Genau, gegen Heidenheim stand er im Kader. Aber ich meine jetzt ein Spiel gegen Darmstadt. Ich habe Augsburg gerade gesagt. Darmstadt, wo du natürlich so früh so hoch führst, dass du sagen kannst, okay, in der zweiten könnte ich jetzt mal was ausprobieren. Selbst da experimentiert jetzt Toreb nicht besonders viel rum. Man kann es auf der einen Seite verstehen. Er wollte unbedingt, dass man zu Null spielt. Das ist ja auch eines der Themen gewesen, dass man das einfach so lange nicht geschafft hat. Gerade für den Damen war er sehr erleichtert, als es endlich mal ging. Aber auf der anderen Seite ist zumindest mein Eindruck von ihm, dass er ein Trainer ist, der sehr auch Vertrauen als Thema hat zwischen seinen Spielern. Also er gibt den Spielern Vertrauen und sie vertrauen dann auch ihm. Aber mir scheint es dann doch so zu sein, dass das ein relativ fester Kern ist. Also die Startelf wird kaum rotiert, haben wir schon thematisiert. Und auch die Einwechslungen sind ja relativ vorhersehbar. Der Einzige, den ich persönlich noch nicht einordnen kann, ist Pep Jell. Der gilt als ein Wunschspieler von Torup. Ich habe noch nicht gesehen, warum. Aber er ist auch erst sehr kurz da. Also darf man jetzt nicht zu kritisch sehen. Ist das vielleicht so die Richtung, in die man da argumentieren kann? Ja, definitiv. Aber definitiv ist das so. Du hast eine ganz eindeutige erste 13, 14 Spieler-Systematik. Das ist natürlich für die, die Spieler Nummer 15, 16 und dahinter sind frustrierend. Das kommt nur derzeit halt eben nicht zum Tragen, weil der Erfolg da ist. Das macht es natürlich auch für alle anderen schwieriger. Auf der einen Seite natürlich dann schleift das Automatismen ein, bringt es Sicherheiten. Und das war ja eines der Punkte, die er auch geben wollte, nämlich der Mannschaft eine gewisse Stabilität. Ich könnte mir vorstellen, dass in dem Moment, wo er sieht, es ist jetzt so eine Stabilität da, dass ich, und auf dem Weg sind wir ja gerade, dass man zum Beispiel jetzt mehrfach zu Null spielt, dass du gewisse defensive Routine bekommst, dass ich sowas halt auch mal wage und den Matt Kümel bringe, weil natürlich wirbelt das ein bisschen das Durcheinander im Offensivspiel des FC Augsburg und auch natürlich, was die defensive Stabilität angeht. Ich könnte mir vorstellen, dass das dann, wenn der Weg so weitergeht, wie er bislang ist, sich ändert. Okay, also das ist quasi das Ziel, mit Talenten Geld zu verdienen. Das ist das Ziel, was alle haben. Es ist echt lustig, dass das bei allen Profivereinen die Ausrichtung ist. Hatte ich neulich im Forum, gab es eine interessante Diskussion, wo jemand gefragt hat, wann kommen eigentlich mal die Teams, die sagen, wir kaufen uns die 26, 27-Jährigen, die dann ja eigentlich so statistisch gesehen ihre Bestzeit meistens erreichen im Sportlichen. Das fand ich zumindest einen interessanten Gedanken. Jetzt war aber ja noch mehr im Wandel beim FC Augsburg. Also zum einen noch mehr Steine wurden bewegt, am Stadion wurden Räumlichkeiten ausgebaut und so weiter und so fort. Man steht auch finanziell sehr gut da, aber auf der Sportdirektorenposition, da hat sich ja auch etwas verändert. Jetzt haben wir mal ein paar Monate unter Jurendic gesehen, sogar ein bisschen mehr als nur ein paar Monate, muss man sagen. Wie würdest du denn jetzt mal so ein erstes Fazit seiner Zeit beim FCA ziehen? Also Jurendic ist ein sehr smarter Typ, auch sehr höflicher Schweizer, der erstmal auch auf jeden Zug geht, jedem zuhört, auch wenn man die Fragen teilweise ja nicht immer gleich stark einschätzt. Nein, aber es ist ein sehr analytischer Ansatz, den er hat. Also wie gesagt schon, Stefan Reuter hat vielleicht unter Umständen wieder jemanden geholt, den er halt kennt irgendwie oder wo er dachte, ja, das könnte klappen, das hat er auch, muss man fairerweise sagen, lange Zeit für den FC Augsburg sich gut ausgewirkt, dieses Bauchgefühl von Stefan Reuter. Marinko Jurendic ist ein sehr viel analytischerer Typ, der Jestorup, wie gesagt, gar nicht kannte vorher, aber ein Suchprofil erstellte, welcher Trainer bringt welche Qualitäten mit und dabei auf Jestorup gekommen ist und das ist ein eindeutiges Match, ist stark und vor allem Jurendic hat ähnlich wie Jestorup eine Vergangenheit, die interessant ist, denn es sind ja beides Meistertrainer und Meistersportdirektoren. Also Jurendic ist beim FC Zürich Meister geworden und Jestorup in Dänemark mit Midtjylland und Kopenhagen und das sind Leute, die eigentlich von ihrem bisherigen Lebensweg eigentlich immer oben standen und das eigentlich auch gerne hier wieder hätten, ganz oben werden sie es in der Bundesliga nicht schaffen, aber wo du auch merkst, das sind jetzt keine Leute, die verwalten und gucken, dass man halt irgendwie drin bleibt, sondern die schon einen eindeutigen Anspruch an sich und an ihre Mannschaften haben und das wird bei aller Smartness, die Marinko Jurendic da unterbringt, auch er ist mit griffigen Ansagen übrigens sehr sparsam, ist dir vielleicht auch schon aufgefallen. Ich habe auch O-Töne von ihm gesucht, keiner ist in dieser Sendung gelangt. Ja, es ist leider so. Also für uns, sagen wir mal, wenn man jetzt die ganz großen Schlagzeilen braucht, sind die beiden Jungs jetzt für das nicht so gut zu haben, es ist aber tatsächlich ein sehr viel, wie gesagt, analytischerer und zielgerichteter Ansatz dahingehend, dass du jetzt da wieder weniger auf dein Gefühl hörst. Also ich fand das, das fand ich interessant, aber es war mir als O-Ton dann zu lang, um das mitzubringen. Er wurde gefragt, stand, warst du nicht sogar die Frage gestellt, ob Jestorup auf seiner Short- oder Mittellist stand und wie er darauf gekommen ist? Woher der eigentlich kommt, ja? Genau. Woher zur Hölle? Und das hat er ja ganz interessant dann beantwortet. Er meinte so, naja, gut, man guckt halt viele andere Wettbewerbe, man guckt sich Spiele an, man guckt auf Daten und dann aber, bevor man überhaupt mit jemandem in Kontakt tritt, dann guckt er immer nochmal öffentliche Auftritte von der Person an, schaut, dann könnte das überhaupt passen und erst dann nimmt er den Kontakt auf. Dann dachte ich mir, ja, das ist jetzt, nicht so, dass ich sagen würde, das überrascht mich jetzt, man würde erwarten, jede Trainersuche würde so laufen, aber wir wissen ja und ihr beim FC Augsburg wisst es auch, so läuft es halt oft dann doch nicht. Oft ist es halt dann doch, ich mache mein Handy auf und gucke meine Kontaktliste und sage, ah, mit dem habe ich doch mal zusammengearbeitet, was machst du eigentlich gerade? Also es ist schon interessant, dass es einfach ein anderer Ansatz zu sein scheint, als es zumindest früher auch unter Stefan Reuter war. Das kann man schon sehr deutlich so sagen, oder? Ja, ich glaube so, also genau, aber Stefan Reuter war jetzt nicht der analytische Ansatzträger, wie der sich und Martin Kükurenditsch ist, ja. Was würdest du denn sagen, hat sich denn dann beim FC Augsburg verändert? Also wir kommen quasi von vor ein paar Jahren, da waren da Markus Weinzierl, Hoffmann als Präsident und Reuter als Sportdirektor und jetzt spulen wir mal einfach nach vorne, machen den Scratch-Sound, den es dann mal im Film gibt und sagen, okay, was ist da passiert? Und jetzt haben wir eben Jurenditsch, Torup und Kral. Ströll. Ströll, Ströll natürlich und Präsidentenname ist mir gerade Krapf. Markus Krapf. Ja, danke dir. Bitte. Was hat sich denn da jetzt verändert beim FC Augsburg, wenn man mal das große Bild aufmacht? Also das ist die größte Umwälzung in der Bundesliga-Geschichte des FC Augsburg. Also innerhalb von zwei Jahren hat sich fast alles geändert. Das ging los mit dem Ausscheiden von Klaus Hofmann, der ja nicht nur Präsident, sondern auch Investorenchef war und das Letzte, das auch immer noch ist. bis auf Michael Ströll sind eigentlich alle handelnden Personen neu dazugekommen. Die Strukturen haben sich da angehend geändert, dass du jetzt nur noch einen Geschäftsführer hast, das ist Michael Ströll, insofern, wenn man so will, ein Gewinner, was die Machtfülle angeht aus dieser ganzen Geschichte. Noch dazu hat sich aber auch das Auftreten des Vereins völlig geändert. Es gab, das ging so los mit, ist jetzt nicht an Manuel Baum festzuhalten, aber es war zeitlich in diese Phase von Manuel Baum einfach gefallen, dass dieser Verein sich eine Zeit lang völlig entfernt hat von der Stadt und der FC Augsburg wird nie ein Verein sein, der über die Stadtgrenzen hinaus oder wesentlich über die Stadtgrenzen hinaus jetzt die Leute kickt. Das muss er nicht und das ist glaube ich auch nicht das Ziel, aber der muss innerhalb dieser Stadt und innerhalb dieser Region verankert sein. Und als Manuel Baum wohnhaft in München Trainer war, gab es... Mit Co-Trainer Jens Lehmann, nicht zu vergessen. Ja, der war nur einen Monat da, aber puh, what a right it was. Ja, aber da gab es dann Klaus Hofmann, der in München und in Bad Oldesloe oder in Hessen, weiß ich jetzt nicht, residierte. Dann gab es Aufsichtsricht, der Markus Höfel war im Aufsichtsrat, also der ehemalige Berater, lange Berater von Franz Beckenbauer. Das sind Leute, die natürlich ihre Profession haben, aber wo sich in dieser Zeit der Verein immer weiter von der Stadt entfernt hat und das hat man gemerkt innerhalb der Stadt. Also wir haben ja gesagt, wenn Hofmann bei uns zum Interview war, ich habe das immer so empfunden, jetzt ist wieder mal ein UFO gelandet, so in der Art. Also der war überhaupt nicht zu greifen. Der ist auch nie mit dieser Stadt warm geworden, mit Ausnahme von ein, zwei Personen. Und das hat sich niedergeschlagen auf die Wahrnehmung innerhalb dieses Vereins. und unter Markus Krapf, der kommt aus Augsburg, wohnt da in Augsburg, sagt, das längste waren zwei Wochen Interrail nach dem Abi, wo er weg war oder drei Wochen, weiß ich jetzt gar nicht. Und das ist jemand, der gesagt hat, wir müssen diesen Verein wieder mehr in der Stadt verankern. Ein Punkt ist, du hast eine Satzung, die du mit den Mitgliedern oder mit den Mitgliedern und den Fans eigentlich erarbeitet hast. Du hast eine deutliche Repräsenz von Vereinen, von inhandelnden Personen hier. Erstorup wohnt in der Innenstadt. Das hätte er vielleicht sowieso gemacht, weil der Däne das gerne mag. So kann auch sein. Aber das ist ein Punkt, der ganz, ganz vorne steht. Also der FC Augsburg soll wieder greifbar sein. Und es gab auch manche Dinge, die mit 50 plus 1, wobei, das muss man anders sagen, es gab ein paar Heimlich-Touareien, wo du den Eindruck hattest, man hat etwas zu verbergen hier. Also Stefan Reuters Vertrag wurde still und heimlich bis 2026 verlängert. Die Anteile, die Klaus Hofmann verkauft hat, am Blitzer. Das hat die lokale Ultraszene eigentlich als erstes gesehen, dass es passiert ist. Das wurde nie informiert. Und dann ist der Punkt, dann entsteht so ein Gefühl, dass du sagst, ja, okay, wir gehen zu euch ins Stadion, aber das, was eigentlich bei euch passiert, das ist so kilometerweit weg von uns. Riccardo Pepi kommt. Ja, Riccardo Pepi kommt auf einmal. Völlig absurder Move im Nachhinein. Und ich glaube, da sind alle froh, auch wenn er jetzt vielleicht in Eindhoven eine Karriere macht, wo man sagt, den hätten wir gerne auch hier gehabt. Aber das hat überhaupt nicht gepasst. Also es waren Moves, die einfach ganz schön irre waren. Oder irre ist jetzt vielleicht sehr wertend, aber Moves, die sehr untypisch für den FC Augsburg waren. Und jetzt hat sich eine ganz wichtige Geschichte auch noch verändert, nämlich 50 plus 1. Das war lange Zeit. Oder der FC Augsburg ist ja ein Investorenverein und führt zurück auf Walter Seins, der den Verein übernommen hat damals in der Bayern Liga, eine KGAA gegründet hat, wo der, muss ich sagen, die Investorenseite ausgegliedert ist. Er war zusammen mit einer Investorengruppe, wo man sagt, da würde manche sagen, da wäre vielleicht auch ein Singular, ein Investorenmann richtig gewesen. Aber da war ja dann nachher diese Strukturen geschaffen, dass du sagst, du hast in Augsburg die Situation, dass sich der Präsident niemals mit dem Investorenchef in die Haare kriegen kann, weil es die gleiche Person ist. Und das war zuerst bei Walter Seins so und das ist jetzt dann lange Zeit so gewesen bei Klaus Hofmann und das war von der DFL geduldet, weil die gesagt haben, solange es im Sinne des Vereins ist, wird 50 plus 1 da zwar, was die Regeln angeht, nicht durchgesetzt, aber es wird im Sinne des Vereins fortgesetzt. Und jetzt ist auch die erste Phase dadurch, dass Klaus Hofmann eben nicht mehr Präsident ist, dass 50 plus 1 gelebt werden muss und tatsächlich, dass der Verein da die Oberhand hat. Also die Anteile, Klaus Hofmann hat nach wie vor 30 Prozent, die Blitze-Investorengruppe 45 Prozent, die kommen zusammen auf 75 Prozent. Die sind natürlich immer noch im Boot, aber du hast jetzt sehr intensive Gespräche, dass hinter den Kulissen, dass dieses 50 plus 1 tatsächlich aktiv gelebt wird und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den auch die aktive Fanszene hier gutiert. Ja, zeigt aber auch schon, wie seltsam der Blick der DFL auf 50 plus 1 viele Jahre war, also dass man einfach gesagt hat, naja, du wirst schon im Sinne des Vereins haben, das passt dann alles schon und letztlich könnte es sein, dass sie damit komplett 50 plus 1 kicken, willentlich oder unwillentlich, so sieht es gerade aus, kann man wenige Kilometer entfernt, in Stuttgart gibt es da auch gerade Entwicklungen, da schaut das Bundeskartellamt ganz sicher drauf bei seiner Bewertung von 50 plus 1. Wie wird das denn jetzt dann umgesetzt? Also wie kann man das konkret festmachen? Ja, also es geht natürlich Gespräche zwischen den Investoren, ich glaube, die Bolt Holdings, die von David Blitzer geführt werden, für die war es glaube ich, was man so ab und zu hört, eine Überraschung, wie stringent 50 plus 1 ist, wenn man es tatsächlich umsetzt. Ich denke aber, dass man nach allem, was wir da gehört haben, recht gutes Auskommen miteinander hat. Das langfristige Ziel des FC Augsburg ist es aber, die Anteile von Klaus Hofmann zurückzukaufen. 30,5 Prozent, wie gesagt, sind das vor dem Hintergrund, dass man, ja, dass es zum einen natürlich Vermögenswerte darstellen, die du dann hast als Verein und tatsächlich ist es nicht immer ganz leicht, glaube ich, mit Klaus Hofmann zusammenzuarbeiten. Das kommt auch noch dazu. Letztlich ist es aber völlig alternativlos auch von Seiten der DFL und ich glaube, das wissen alle Investoren auch jetzt, dass du 50 plus 1 lebst, weil da natürlich jetzt vermehrt draufgeschaut wird vor dem Brennglas Bundesliga, das du jetzt so auch nicht immer hattest auf den FC Augsburg. In der Zweitliga hattest du mit Verlaub, ja, ich weiß nicht, ob es jetzt keinen interessiert hat, aber die Öffentlichkeit war eine deutlich kleinere, die da drauf geschaut hat und das sind Gespräche, die man da hat. Ganz konkret kann es natürlich nicht sein, dass es, dass es eine, dass es so etwas wie eine Sperrminorität gibt jetzt, ja, also das sind Dinge, die man klären muss, aber die, aber gibt es die aktuell noch, so wie du das formulierst? Das ist eine Sache, die glaube ich, also es gab lange Zeit, nee, also eine Sperrminorität gab es dahingehend, dass Rufmann für die Investoren gesprochen hat. Ich, genau, und das ist die Frage, inwiefern das noch Bestand hat, also ich, da befindet man sich, glaube ich, in langwierigem Austausch, letztendlich ist es ja alternativlos, weil du sagst, wir haben eine ganz klare Regelung und ansonsten gäbe es ja auch vom Verein aus vielleicht dann Möglichkeiten, sich da Hilfe zu holen. Ich meine, es ist ja auch dann nochmal komplex, der FC Augsburg ist wie so viele fußballspielende Kapitalgesellschaften der GmbH und Co. KG und dann hast du ja quasi in der Co. KG, also AA, also auf Aktien, da sind dann quasi, da kannst du dich quasi reinkaufen, aber wenn eine GmbH mit dabei ist, dann sind ja immer noch die Gesellschafter und die Geschäftsführer die entscheidenden Personen und so weiter. Das ist jetzt anders als bei den AGs, die wir haben, da ist es eindeutig der Aufsichtsrat, das ist ja eben gerade, was wir in Stuttgart zum Beispiel sehen, müssen wir jetzt, glaube ich, nicht zu tief ins Detail gehen, aber was mich doch nochmal interessieren würde, dass Klaus Hoffmann damals investiert hat in den FC Augsburg, das war ja erklärbar und kommt ja auch quasi aus einer Historie heraus. Aber was will eigentlich David Blitzer mit dem FCA? Ich verstehe das immer noch nicht. Ich glaube, für David Blitzer ist es ein Game. Der hat ja, er ist ja in mehreren Vereinen dabei, in der Basketball-Liga, ist bei New Jersey Devils dabei, einen belgischen Verein hat er. Ich glaube, der findet das einfach, sorry, geil. und ich glaube, zu gewissen Teilen... Er hat ja nie ein Augsburg-Spiel gesehen, sorry. Also zu der Zeit, wo er eingestiegen ist, war ja nicht mal irgendwie so, dass es gerade besonders super war. Nee, überhaupt nicht, nein. Also, und ich glaube, das ist aber meine Vermutung, dass er sich nicht ganz ausgiebig informiert hat, aber wie groß die Mitsprache eines Investors in der deutschen Bundesliga ist. Ich glaube, das ist auch eine Fehlannahme gewesen oder könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das von ihm ist, weil er das einfach so nicht kennt. Ab und zu bekommt man es gespiegelt, dass es Verwunderung gibt von manchen Mittelsmännern von Blitzer, sagen wir mal so. Ja gut, ich meine klar, die sind noch, ich meine, die sind in Den Haag noch drin. Du hast schon in Salt Lake, Brøndby, EF sind sie drin. Ich versuche hier gerade nur die Fußballdinge rauszusuchen und es sind noch nicht mal alle. MLS, Salt Lake City zum Beispiel auch noch mit dabei. Und da kennen die das ja dann wahrscheinlich nicht. Und wenn die dann so ein Investment angehen, dann denken die sich, naja, das wird ungefähr so ähnlich laufen, ein bisschen müssen wir auf 50 plus 1 achten. Und dann aber kommen sie mit irgendwelchen Ideen und sagen, wollen wir nicht das und das von dem anderen Verein übernehmen, aber können wir nicht Spieler hin und her? Und dann heißt es auf einmal in dem Moment, das entscheidet hier komplett der EV und das macht Jürgen Ditsch und der hat da keine Lust drauf, weil ABC. Vor allem eins musst du ja auch noch dazu erwähnen, zum Zeitpunkt, als Blitzer eingestiegen ist, war Hofmann ja noch Präsident. Also Hofmann war der Verein und die Investoren und natürlich hast du da eine andere Handhabe. Wahrscheinlich hat er sich schon als Präsident vom FC Augsburg gesehen, David Blitzer. Mensch, dieser arme Milliardär, der jetzt nicht diesen Lebensraum sich erfüllen konnte. Ja, das ist schade. Das ist sehr schade. Aber er kann ja eine Kneipe in Augsburg aufmachen, vielleicht das wäre der erste Schritt. Ja, genau. Sehr gut. Aus der Geschichte landen. Sehr, sehr gut. Und gleichzeitig hat es ja da durchaus sehr geknirscht. Du hast das vorhin kurz angesprochen, das haben wir auch im Rasenfunk damals ausführlich behandelt. Die Ultras waren es, die das damals durch den Handelsregister-Eintrag, glaube ich, rausgekriegt haben, dass David Blitzer überhaupt eingestiegen ist. Und dann haben die aber mal völlig zu Recht richtig Rabatz gemacht und haben gesagt, was passiert denn hier gerade mit unserem Verein? Denn es ist nicht der Verein irgendeines Besitzers, sondern von den Mitgliedern, die dort Mitglied beim Verein sind und von den Fans, die ins Stadion gehen. Wie ist denn jetzt die Stimmung im Umfeld? Sind alle Wogen geglättet? Hat man das geschafft, jetzt mit diesem Umbruch dann auch die Fans entsprechend mitzunehmen? Also diesbezüglich schon, würde ich sagen, weil das Erste, was Markus Krapf gemacht hat, ist, einen Mitgliederabend zu machen, wo jeder kommen konnte und sagt, was gefällt euch hier nicht? Markus Krapf hat auch selber gesagt, man hatte das Gefühl, es gab was zu verbergen. Also wenn du Anteile verkaufst und erzählst es keinem, strange, wenn du Verträge verlängerst, wie gesagt, von einem Geschäftsführer und erzählst es keinem oder bis heute, das wurde ja über Krapf bekannt, dass Stefan Reuters Vertrag verlängert wurde von Klaus Hofmann. Und diesbezüglich glaube ich schon, dass auch, weil es ist ja so der Punkt, man hat eine Satzung erarbeitet, die den Mitgliedern mehr Mitspracherecht einräumt, die den Verein aufs nächste Level, auf das 21. Jahrhundert einfach stellt, weil die war auch über 20 Jahre alt. Aber man hatte mehrere Mitgliederabenden diese Satzung mit verabschiedet und das ist glaube ich auch ein wichtiger Punkt. Was man derzeit eher hat, aber das hat einen anderen Punkt, dass du halt Probleme hast, weil einige Ultras, also es gab in Mainz eine Massenschlägerei und dann gab es hier Beschädigungen in Straßenbahnen und sowas und das sorgt glaube ich gerade eher für Ärger, aber das ist ein anderer Punkt bezüglich der Investorengeschichte. Hat man sich glaube ich mit dem Status Quo jetzt so abgefunden und fühlt sich glaube ich auch gut vom jetzigen Verein, wichtiger Punkt mitgenommen. Das war eben lange Zeit nicht so. Und interessante Klammer noch darum, David Blitzer ist natürlich ein sehr hochrangiges Tier bei Blackstone, die aus dem Investorendeal noch ausgestiegen sind, bevor dann auch CVC rausgegangen ist. Aber da hätten wir noch, also ich sage es mal so, wenn Blackstone der Private Equity Partner der DFL gewesen wäre, dann wäre auf einmal ein Scheinwerfer auf Augsburg angewiesen, den hat man in dieser Lumenzahl wahrscheinlich vorher noch nicht gehabt. Das heißt, wenn ich jetzt mal versuche, so ein Fazit unseres Gesprächs zu ziehen. Man hat mit Jestorup einen Trainer gefunden, der zumindest mittelfristig auf jeden Fall der Richtige zu sein scheint und der es mit Einstellung, Aufstellung und seiner ganzen Art geschafft hat, das Sportliche zu drehen. Man hat mit Marinko Hürendic und der ganzen neuen Führung des Vereins es geschafft, vielleicht wegzukommen von böse gesagt alten Seilschaften oder eben einer etwas tradierteren Form Entscheidungen zu treffen und einen Verein zu führen. Vielleicht lasse ich es mal so formuliert. Und man hat in der Investorengeschichte zwar immer noch den Investor mit drin, man muss aber jetzt mehr auf 50 plus 1 achten und hat in dem Zuge auch die Mitglieder mitgenommen. Das sieht alles gerade sehr positiv aus. Lassen wir uns da vielleicht gerade blenden vom Tabellenstand, Florian. Das macht man immer, wenn es gut läuft. Dann darf man nämlich alles machen. Wenn der Erfolg einem Recht gibt, dann darf man jeden schmarrn. Abseits, nein. Ich glaube schon, dass es innerhalb des Vereins Strömungen gibt, wo man, es gibt ja auch eine eindeutige Zahl, wie oft war das Stadion jetzt ausverkauft in dieser Saison und der Zuschauer Run ist da und das auch, wenn die sportlichen Darbietungen nicht immer so waren, wie man es sich gewünscht hat, muss man auch sagen. Also es gibt, einen eindeutigen Zulauf für diesen Verein. Die Mannschaft ist auf einem Aufwärtstrend, ist aber noch bei Weitem nicht da, wo sie sein kann, finde ich auch, weil die handelnden Spieler einfach viel Potenzial bieten, das noch nicht geborgen worden ist. Und du hast natürlich auch immer noch Probleme. Also die Strafraumbehrschung von Finn Dahmen wird ein Thema sein, das uns garantiert noch begleiten wird, wenn du an der sportlichen Ebene sein wirst. Diese Investorengeschichte ist auch nicht ausgestanden. Im Grunde ist es ja jetzt eine Verständigung, aber letztendlich wird da erst Ruhe sein, sage ich mal, ja im Grunde wird da wirklich Ruhe sein, wenn Klaus Hofmann die Anteile verkauft hat, endgültig. Also das ist jetzt... Wobei dann David Blitzer immer noch mit drin ist. Der wäre immer noch, das ist richtig, aber ich glaube, du kommst als Verein mit Klaus Hofmann, mit David Blitzer deutlich besser zurecht als mit Blitzer. Und für Blitzer, ich kann mir nicht vorstellen, dass der FC Augsburg für den die Nummer 1, 2 oder 3 seiner Investitionsliste ist. Natürlich will der Mann auch Geld verdienen, aber die Zusammenarbeit mit Klaus Hofmann stelle ich mir schon sehr schwierig vor. Ja, okay. Also David Blitzer, er hängt noch bei den 76ers, bei den New Jersey Davis, hast du gesagt, bei den Washington Commanders ist er noch mit drin. Also das sind jetzt nur einige genannte. Und bei Crystal Palace natürlich noch. Also da kommt dann der FC Augsburg dann vielleicht doch eher weiter hinten im Geschäftsbericht und vielleicht auch manchmal im Terminkalender. Das kann man so sagen. Ja, dann musst du mir eigentlich jetzt nur noch verraten, wo der FC Augsburg die Saison beendet und wie man es schaffen wird, dann den Spielerischen oder den Abgang mancher Spieler aufzufangen in dieser Saison. Was glaubst du, wie weit ist man denn da schon? Bei dem Auffangen der Spieler, meinst du? Also in manchen Bereichen hast du schon die Spieler, die die jetzigen Spieler ersetzen sollen. Also ich, Arne Engels zum Beispiel ist für mich der Nachfolger von Ruben Vargas, den du zumindest da spielen lassen kannst. Dann hast du Dion Bellio, der, finde ich, riesiges Potenzial hat. Ob der jetzt 1 zu 1 Ermit Dintimirovic so ersetzt, das glaube ich jetzt zwar nicht, aber das Potenzial bringt auch der mit. Und man muss auch wissen, wo war Ermit Dintimirovic vor drei Jahren, als er die letzte Saison beim SC Freiburg gespielt hat. Also ja, sind Leute, denen du dann die Chance geben musst. Teilweise hast du die schon. Wichtig wird sein, links hinten, Iago ist ja vor, der wird ja im Sommer zurück nach Brasilien gehen. Ganz, ganz wichtiger Faktor, ganz wichtige Position. Links, hinten, Kevin Mbappo ist auch nur ausgeliehen auf rechts. Also da brechen dir die beiden Außenverteidiger weg. Die berühmten Außenverteidiger von Augsburg, ey. Seitdem es den Rasenfunk gibt, seit jetzt fast zehn Jahren reden wir immer darüber, wenn wir über Augsburg sprechen. Ja, das sind natürlich die, auf die es ankommt eigentlich immer, mit dem Schnellen nach vorne und klar, deswegen sind die auch immer gleich weg. Aber ja, Kevin Mbappo wird gehen. Kirsten Jakic ist, glaube ich, eine Formsache, dass man natürlich die Kaufoption zieht von Eintracht Frankfurt. Felix Udukay, auch der, wollte ja eigentlich schon im Sommer weg, hat dann, glaube ich, nicht das Angebot bekommen, was er sich vorgestellt hat und hat dann seinen Vertrag nochmal verlängert vor dem Hintergrund, dass er in diesem Sommer jetzt wechseln kann. Also da wird ganz schön viel ein Wechsel sein. Wenn man sich die bisherigen Transfers von Marinko Jurendic anschaut, hat man eigentlich nicht das allerschlechteste Gefühl, weil er weiß, was auf ihn zukommt. Und auch das ist ein Punkt. Man hat teilweise in vergangenen Jahren den Eindruck gehabt, man ist immer völlig überrascht davon, wenn ein Trainer wie Weinzierl geht, weil das war ja mal gar nicht abzusehen oder wenn Marvin Hitz den Verein verlässt. Das kam völlig aus allen Wolken und man hat dann am letzten Spiel, aber am letzten Tag der Transferperiode irgendeinen geholt oder, ja, also ich bin da, ich bin mir bewusst, dass es einen großen Umbruch geben kann, vielleicht sogar wird im Sommer wieder mal. Das ist aber auch ein erklärtes Ziel des Vereins, dass man Ablösesummen generiert. Thema Dimirovic, wenn der geht, glaube ich, dann reden wir von deutlich über 20 Millionen. Vorher wird man den ja eigentlich nicht abgeben. Und dann bin ich aber auch positiv gestimmt, dahingehend, dass man weiß, welche Aufgaben auf den zukommen, Seiten des Managements. Also das klingt alles ganz positiv und glaubst du, der FC Augsburg wird irgendwann nochmal solchen Fußball spielen, dass man nicht aus Augsburg kommen muss, um das schön zu finden? Das würde ich jetzt nicht in Abrede stellen, dass das möglich ist. Ich glaube halt nur, dass die überregionale Strahlkraft des FC Augsburg nie so groß sein wird, dass jemand aus, also das zu Hauf, so vereinzelt gibt es das ja schon, dass Menschen aus der Schweiz kommen, es gibt einen Schweizer Fernklub, aber ich glaube nicht, dass jetzt zu Hauf Leute aus, weiß ich nicht, Norderstedt sagen, der FCA ist mein Verein, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, aber das Ziel wäre schon, dass Menschen aus Norderstedt sagen, Mensch, die spielen geilen Fußball, denn das Potenzial der Spieler ist da und das ist seit, nicht erst seit, seit einem halben Jahr da. Ja, man muss eben auch hingucken zu Augsburg, das haben wir in dieser Folge gemacht. Florian, ich danke dir, Florian Eisele von der Viererkette, da könnt ihr ihn noch viel ausführlicher über den FC Augsburg sprechen hören, wobei heute musstest du wenigstens das Mikrofon nicht teilen mit Kollegen von der Augsburger Allgemein. Danke, dass du hier warst im Rasenfunk. Ja, sehr gerne, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen und alle Sendungen, die wir hier machen, inklusive dieser hier, sind natürlich rein von euch finanziert, liebe Hörerinnen und Hörer und in dieser Folge danke ich da Martin, der Seller, Matthias Pracht, Immanuel Gündalf, TK5, Erik und Korbin Jan Holder, sie alle haben uns nicht nur unterstützt, sondern sich auch registriert als Supporterinnen und Supporter auf rasenfunk.de slash supportersclub erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann, geht via PayPal und auf allen anderen Wegen. Herzlichen Dank für eure Unterstützung und empfehlt uns auch sehr gerne weiter, sehr gerne auch diese Folge. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit, bleibt gesund und bis bald. Ciao. Ciao. Das war der Rasenfunk. Von Ihnen unterstützt. Herzlichen Dank. Untertitelung des ZDF,